alle freunde wir spielen gegen chumley mcbacher ok jetzt mache ich noch schnell 2253 man sieht's ja wunderbar welche eröffnung und erwartet nimmt drin ist gut kommt ich spiele mal dieses a3 dieses sämisch okay ich mich jetzt hier mit laufer d3 und f3 springer e2 auf ja wenn er dann mit d6 e5 spielt kann ich den springer über g3 f5 bringen ja komm mal probieren den so jetzt ist f3 f3 mein plan damit ich hier vielleicht durch kriege ich könnte dafür auch sofort springer g3 spielen tut er sich vielleicht etwas schwerer mit e5 oder vielleicht in dem feld hier angst hat man weiß es nicht außerdem habe ich vielleicht die optionen für dame e2 falls er mit springer c6 springer a5 laufe a6 hier noch auf die c4 geht der nachteil ist natürlich immer jetzt ein bisschen der druck hier auf den d4 ich krieg keine e4 durch es sei nämlich wenn du den laufer hier hinstellen oder die natürlich das sieht schon nicht richtig aus was ist denn mit f4 f5 oder später e5 habe ich das fällt hier nicht mehr ok könnte d5 überlegen weil wir den zweimal nimmt habe ich laufer den und schlag hier verliere ich keinen bauern aber gibt laufer ab nicht so schön und ist damit e4 wenn er dann hier zweimal schlägt springer schlägt dann läufer b2 dann ist dieser läufer hier schön frei der hat doch eine schöne wirkung muss er e5 man muss nicht aber wenn er e5 spielt nehme ich den raus e mal d sondern kriegt er den hier nie wieder los weil ich ja hier dann hier zwei bauern stehen habe den d4 muss ich doch irgendwie gewinnen können mit meinem springer zum beispiel aber e2 oder über f5 nach d4 ich müsste wahrscheinlich nur irgendwie vorher f3 spielen damit der nicht weg ist aber das sieht von der struktur her gut dann bleibe ich mit dem über aber eher mit dem gut nehmen wir an die beiden fallen gegeneinander dann habe ich jetzt so drei am königsflügel dann muss ich die bauern nach vorne schieben vielleicht ist das ein interessantes gambit freunde und wenn den springer einfach weg zieht nach laufer b2 einfach zurück zieht dann hat er ja nur c6 dann spiele ich springer h5 und dann geht es schon los ja greife ich den an springer schlägt dame schlägt droht matt der läufer wirkt hier natürlich auch und die d linie ist offen ich kriege den turm auf die d linie im zweifelsfalle hier drauf aber freunde lacht mich gerade an ja man man bauern opfern für aktive figuren wir schauen mal wir schauen mal wobei da mit dem matt auf h7 ja vielleicht gar nicht stimmt ok er nimmt den ohne groß nachzudenken das ist schon mal spannend da würde ich ja immer jetzt eine stunde brauchen weil ich jetzt einschätzen wollen würde wie gefährlich ist dieser läufer auf dieser diagonale wenn ich jetzt schwarz wäre hätte ich hier echt keine ahnung wie lange nachgedacht ich sehe gerade auf e5 kann ich sofort nehmen und springer f5 spielen weil der e4 gar nicht hängt weil springer e4 dame g4 hier matt rot und hier die figur weg ist schön 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 na wir schauen mal er geht zurück ok jetzt könnte ich mit f4 hier überlegen damit ich damit ich mal e5 durch drücken kann ja schauen wir mal er hat schwierigkeiten diese diagonale zu schließen mit e5 aber dann hier so ein bisschen das feld schwach wird und g6 kann er natürlich auch nicht spielen schätze ich ok ja ist natürlich ein bisschen gegambelt in anführungsstrichen ja aber ich setze auf aktive figuren aktivität könnte zum beispiel jetzt mal ganz stereotyp dame e2 spielen damit ich immer mal e5 mal drohe damit der e5 auch immer gedeckt ist dann wird das feld d1 frei für den turm hier da geht hier vielleicht noch irgendwo was tempomäßig ja und wenn hier zwei diagonalen auf sind nach e5 muss der springer weg ziehen ja dann könnten hier auch schon 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 angriffe mit springer h5 dame h5 dame h5 g6 dame h6 droht springer h5 weil g mal h nicht geht wegen ok ich hoffe ich verwirre euch nicht e5 ok das ist die idee hier rausnehmen den springer nach e5 stellen das kann man machen das vielleicht auch gar nicht so dumm ok alter tief wenn ich jetzt f4 f5 spiele dann ist das zentrum komplett geschlossen ja der ist der hier ist na kommst du maus der hier erstmal geschlossen aber ich habe ja das feld d4 noch mein plan ist dann springer h5 den hier zu tauschen oder zu entfernen in welcher form auch immer damit ich f5 f6 spielen kann und wenn er dann f7 f6 selber spielt dann opfer ich diesen bauern damit der laufer hier hin kann auf diese diagonale muss der könig eine ecke und dann kann ich hier vielleicht mit turm f3 und matt bilde operieren selbst f5 ist noch eine option hier wobei f5 auch schon echt gut ist ja also hier rausnehmen dann kommt natürlich der springer mit tempo und so weiter kann mir nicht helfen freunde ich versuche das mal ich sehe jetzt gerade nichts was so richtig krass konkret dagegen spricht obwohl es ja meiner ersten intuition widerspricht das fällt super für meinen für meinen springer aber ich will den hier tatsächlich tauschen um den hier vorzubringen so springer h5 er kann den hier nicht schlagen mit dem läufer wenn springer schlägt f6 zwischen schach und mit dem springer nicht wegen damit g4 dame g4 moment da kommt dame g5 okay dann muss ich auf springer e4 erst laufer e4 laufer e4 dann dame g4 okay das geht aber moment auf dann dann würde also laufer e4 in dem nicht genau und ja dann hängt er ja 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 was mache ich denn wenn er gar nicht den schlägt dann muss ich laufer c1 und laufer g5 spielen und ihn da freundlich drum britten doch mal zu schlagen ist nicht so gelaufen wie ich mir in meinen kühnsten träumen jetzt erwünscht hätte jetzt müssen wir mal irgendwie gucken ob wir hier irgendwie kämpfen noch irgendwelche möglichkeiten finden ok er tauschen nicht so jetzt laufer c1 und hängt er hier auch noch laufer c1 und springer schlagen kann er glaube ich nicht wegen laufer g5 das sieht nicht gut aus für ihn ich könnte turm c1 spielen mit idee turm c3 um hier rüber zu schwenken ja vielleicht nicht so gut denn jetzt schon sofort abzugeben vielleicht ist das hier eine option mit c3 und dann laufer c1 ok ist nicht so gelaufen wie ich wollte das ist ja wenn man wenn man zu kreativ spielte und seine chancen überbewertet das ist aber das gehört ja dazu dass man taktik üben will und dann gehören auch mal misserfolge zu das ist kein problem wir schauen mal ob vielleicht noch was geht ok er versucht den druck darauf zu steigern ok es könnte wir dann ja okay und Dann decken wir den, ne? Ah, läuft nicht so wie geplant. Immer wenn er jetzt hier irgendwie auf H5 schlägt, ich meine, schlage ich natürlich zurück, aber dann kann er vielleicht nicht sofort hier schlagen, weil ich ihm noch F6 drohe. Dieses Tempo nehme ich zumindest noch mal mit. Kommt mit der Dame? Kommt mit der Dame nicht nach G5, ne? Kommt C3, Springer D4 wollte ich jetzt nicht. Wollte den Läufer jetzt hier irgendwie nutzen. So, wenn er jetzt droht, jetzt hier zu schlagen, dann hängt der H5, ne? Das heißt, den muss ich jetzt komplett wegziehen. Am besten hier hin. Dann deck ich den E4. Ich halte die Puppen auf dem Brett, ja? Springer D3, Dame D3, dann ist der C4 noch gedeckt. Vielleicht komme ich noch zu Läufer C1 oder A4, Läufer A3. Das ist alles nicht. Kommt, wir müssen spielen. Praktische Entscheidungen treffen. Blö... Vielen Dank. Also wenn ihr den Springer wegzieht jetzt, ja, also ich opfere diesen Bauer dann jetzt tatsächlich dann immer, um hier irgendwie auf der F-Linie oder irgendwo irgendwas zu kreieren. Ja, ich hatte halt mir mehr von diesem Läufer hier versprochen. Das ist tatsächlich nicht gut gelaufen. Und das hilft jetzt alles nichts. Läufer C1, Sprenger D3, Dame D3, Läufer C4, Dame geht weg. Und dann kann er den nicht schlagen, wegen Fesslung. Und auf B5 mache ich Läufer D5. Ist mehr die Hoffnung, denn der Glaube, dass das gut ist für mich. Da mit C5 habe ich Läufer E3 mit Tempo. Ja, aber ich muss natürlich den hier kriegen, um in der Hoffnung irgendwie an den König ranzukommen. Wenn ich jetzt so spiele und so, ist das sehr, sehr passiv. Dann habe ich schon ein Bauen weniger. Das sieht nicht so erfolgsversprechend aus. Ah, war eine Trauerpartie. So, kämpfen. Ich muss kämpfen. Wo kann ich denn hier überhaupt noch kämpfen? Sprenger D3, Dame D3, Läufer C4, Dame F3. Da mit C5, König, H1. B5, Läufer G5. Na, wir schauen mal. Okay. ja ich muss ja hier irgendwie richtung königsflügel gucken damit c5 könig h1 kann er dann auf f1 nehmen turm c5 turm c5 dame f1 turm fc8 der fällt auch noch ja 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 ich glaube zwei türme sind besser als die dame ich den turm jetzt noch weg getrun wenn ja wohin hier hin der droht der vielleicht der droht vielleicht vielleicht wäre laufer f1 schon gegangen müsste gleich meine analyse reingucken gabe b3 und c3 auch sehr gut hängt ja eh viel nicht gut und leimann Vielen Dank. Hehehe. Okay, ähm. So, bis hierhin. Ganz normales Nimm zu Indisch. So, jetzt mal im Gucken. Okay, Springer E2 ist tatsächlich zu passiv, ne? Aber, also, noch geht alles, den. Aber E4, E4 war tatsächlich, ja, er will Läufer B2 spielen, ne? So wie ich auch angedeutet hatte, aber mir war er zu passiv. Okay, mal gucken, ob dieses E4, er nimmt natürlich diesen Bauern und geht zurück. F4 ist auch gut. E5, so. Hier muss, also, F5 war wahrscheinlich jetzt einfach, einfach zu langsam und zu schlecht. Äh, der ist einfach, ja. Naja, okay. Habe ich gemerkt. Okay. Trotzdem, ich würde dieses Gambit noch nicht komplett abschreiben. Also, mein Läufer hat ja durchaus hier eine Aktivität und eine Berechtigung. Machen wir mal so, wie der Computer jetzt erstmal will, den. Dann habe ich vielleicht mal den Turm hier in irgendeiner Form zur Verdopplung und ich halte mir dann auch offen. Wenn er jetzt hier irgendwann jetzt oder später schlägt, das war der Grund, warum ich es hauptsächlich nicht gemacht habe. Jetzt kann ich mit der Dame zurückschlagen. Und ob Springer da. Jetzt droht schon der. Müssen wir mal gucken. Was will uns die Engine hier sagen? Ah, den. Doppelangriff, dann fällt der. Und dann habe ich diesen Läufer hier. Okay. Aber guck mal, so schnell kann das gehen. Jetzt habe ich doch genau die Aufstellung, die ich doch eigentlich haben wollte. Und Schwarz muss taktisch aufpassen. Aber vielleicht war das, also war natürlich jetzt nicht die Weltneuerung oder so, aber vielleicht, vielleicht war das gar nicht so schlecht. Ich darf nur nicht F5 spielen. Da hatte ich eine falsche Idee. F5 war die Idee Springer H5. Ich hatte ja aus irgendeinem Grunde, dass er natürlich hier schlagen muss. Was natürlich Quatsch ist. Er muss natürlich das Feld hier blockiert halten. Ja, deswegen beim Gucken, da mit D2. Vielleicht ist der gar nicht so schlecht. Und wenn er nicht rausnimmt. Hm. Na, da haben wir erstmal Turm verdoppeln. Turm aktivieren. Das könnte Sinn machen. Aber wo, 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 wo spielt er jetzt konkret drauf? Ich meine, das sind Engine Züge. Da kommt doch jetzt erstmal kein Mensch drauf, weil die keine Idee haben. Vielleicht, vielleicht hätte er ja jetzt, oh ne, er muss ja den, den gedeckt halten. Sagen wir den, damit der hier gedeckt ist. Aber jetzt, dann habe ich vielleicht schon diese Qualitätsopfer hier. Mal gucken. Ja, da haben wir schon. Juhu. Ich wusste doch. Und dann Springer F5 und Dame hier und dann gib ihm und so. Ja, ja, ja. Er kann die Dame gar nicht wegziehen. Ah, Freunde. 0,6 ist alles noch völlig im Rahmen. Ja. Okay. Aber nach F5, das war einfach, das war einfach dann nicht gut. Die ganze Idee funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Gibt es aber auch jetzt nicht so viele Möglichkeiten für ihn jetzt fehlzugreifen, weil er spielt einfach gute Züge, normale Züge. Naja, hier ist nichts. Okay. Ähm. Trotzdem, nochmal eben, nochmal merken. Also A3, den sehen. Und auf C5, B6 spiele ich den mit. Läufer D3, Springer E2. Und dann spiele ich dieses. Das probiere ich nochmal aus. Wenn ich es nochmal aufs Brett kriege. Okay. Äh. Aus Niederlagen lernt man ja. Aber ich fand's, ich finde es nicht so schlecht. Da muss ich mir nochmal angucken. Also verloren ist verloren. Ich sag trotzdem, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich sag zum nächsten Mal. urar Monitor. Untertitelung des ZDF, 2020